Absolut, wenn ich die Songs sehe und auch jetzt höre in dieser neuen Verkleidung oder Bekleidung, dann läuft bei mir tatsächlich ein Film ab von meiner Vergangenheit und das ist hier alles wieder vor mir. Ich denke mir mal, wir haben dieses Schiff gemeinschaftlich aufgebaut und wenn ich mir die Songs anhöre, die ich da geschrieben habe für die Band oder mit der Band zusammen, teilweise alleine, dann denke ich mir, wird mir ganz klar und wird mir ganz klar bewusst klar, dass ich doch einen großen Teil dieser Scorpions-Geschichte mitgeschrieben habe und da bin ich natürlich sehr stolz drauf.